und damit ein herzliches willkommen meine lieben freunde zu einem neuen let's play und wie ihr seht wir sind in minecraft und genau das spielen wir nämlich auch aber nicht nur minecraft sondern wir mixen das ganze mit einer mod noch die heißt pixelmon und damit spielen wir dann minecraft mit pokémons und ich habe mich super lange drauf gefreut super mega drüber gefreut ihr auch ihr habt mir lange zeit geschrieben wann geht das ganze projekt los und jetzt geht es langsam los und ich freue mich richtig und wie ihr seht ist das mal ein charakter genau lange zeit in den a-charakter gespielt und wenn man den schon mal einmal spielt seit weiß ich nicht wie viele jahre müssen wir natürlich diesen charakter mitnehmen und den habt ihr erstellt ich habe ja ein skin contest gestartet auf meinem kanal bei youtube und ihr habt fleißig daran teilgenommen und das ist der charakter der gewonnen hat ich bin richtig glücklich der gefällt mir richtig toll mit dieser schönen wüsten rüstung und ja was soll ich da noch dazu sagen ich bin glücklich damit kann ich dann wieder mit meinem charakter weiter spielen deswegen ist das mein art mc minecraft skin so und wie ihr seht sieht natürlich minecraft normalerweise für die leute die jetzt minecraft nicht kennen die aber trotzdem ein bisschen neugierig sind und wollten vielleicht mal hier reingucken das sieht natürlich nicht so aus minecraft ich habe das mit einem texture pack habe ich das ein bisschen verschönert dann habe ich hier noch den scherter drauf gehauen damit das wasser aussieht wie wasser und so sieht das natürlich aus wenn ich privat spiele da bin ich und ja also das ist mal erstmal hier die einleitung ich wechseln nachher und bis nachdem die quatsche was ich gerade vorhabe ins ts zu meinem ganzen staff in die bei den ganzen let's plays irgendwo mitgespielt haben sehr viele minecraft fans sehr viele pokémon fans alles schön gemixt perfekt und wir sind zehn leute auf dem server wir werden hier unser unwesen treiben und pokémon sammeln natürlich genau wie man das so kennt von den ganzen serien muss man natürlich auch die pokémon suchen und pokémon fangen aber bevor es dann auch wirklich losgeht braucht ihr wenn ihr vielleicht mal pokémon spiel gespielt habt ob das auf dem gameboy ist oder auf dem nintendo sonst was für eine gamecube oder switch oder nintendo 64 ist egal wo man es gespielt hat oder vielleicht in irgendeinem app game man muss ja immer ein start start pokémon aussuchen und das werden wir natürlich auch machen so muss das auch starten das ganze und das werden wir natürlich zusammen machen und nachher machen wir so eine kleine präsentation die leute die jetzt beim starten mitmachen werden sich dann auch mal kurz vorstellen und dann auch mal zeigen was liefen starter pokémon ausgesucht haben die werden dann ihre pokémon werfen und zeigen euch dann ganz kurz was sie für pokémon pokémon ausgesucht haben gute lieben ich werde dann auch nachher mal kurz auch erklären was für ein was für ein projekt hier eigentlich gestartet werden soll also lasst euch überraschen da dran und wir sehen uns dann gleich auf dem richtigen server das ist ein privatserver das sieht natürlich nicht so aus wie dürften also ich hab das extra so gemacht dass mir natürlich kein schädter nehmen damit mir ja wenn es groß projekte gibt nicht den armen rechner und den am server in die knie treiben wollen also es gibt ein texture pack werdet ihr sehen aber er soll natürlich ein bisschen mehr passend sein zu den pokémon aber freut euch drauf es sieht einfach ganz toll aus so lieben wo ist die sonne da ist die sonne irgendwo die scheint hier und das ist ganz toll und dass mein privater server wir sehen uns gleich bis dann so lieben wie ihr seht so sieht das aus das ist das texture pack was wir gerade nutzen das ist das anastas bestrina texture pack und ich gehe ganz gut auf dem server das ist unser server könnte ja versuchen drauf zu connecten kommt leider nicht drauf dass das server so habe ich den genannt man könnte den ja selber einen namen geben und dann gehen wir mal rein mal gucken ihr wisst ja ich muss ein starter pokémon aussuchen das sind die ganzen pokémons da haben wir ein bieser samen ich habe es auf deutsch gestellt ihr habt die umfrage auch ich habe die umfrage gestartet die umfrage konnte zwischen englisch und deutsch auswählen die meisten pokémons kenne ich leider nur was das leider ich kenne die nur auf englisch aber das ist kein problem wir werden die hier so lernen und die reden ja auch so alle schon automatisch auf auf englisch dass die ganzen sounds die kommen sind englisch hier haben wir diese samen und hier haben in die wie und da ist die schicke und da ist der glumanda hier ist der panflam und so weiter und so fort und ich darf jetzt einen aussuchen also ich spiele pokémon auch auf in einer app und da spiele ich eigentlich immer den panflam und den panflam möchte ich jetzt im moment nicht spielen warum ich hätte ihn gerne ausgewählt der panflam nimmt sich aber der stone deswegen wechsel ich ich war mal so zwischen zwischen panflam und den drei standard pokémons ich bin nämlich großer fan der der serie 1 2 und 3 und da ist ja das sind ja diese drei starter pokémons das sind die ja ganz wichtig soweit ich weiß sie sind die vergeben was heißt vergeben ihr könnt auch doppelte nehmen aber ich bleibe bei guten gumanda heute und ich werde mit glumanda ins abenteuer starte dein abenteuer so ihr lieben wir sind jetzt drin endlich eigentlich sind wir schon was länger drin wir haben wir haben gerade eine schöne position gesucht hat was länger gedauert aber wir haben es geschafft und das ist das ganze team wir sind alle da hallo hallo kann man irgendwas machen außer hoch und runter und wenn man schlägt glaube ich haut man sich glaube ich weg aber genau das meine ich so was auch wir machen nämlich jetzt ganz kurz eine kleine vorstellung damit man nicht weiß wer wo ist oder wer wer ist jetzt muss ich mal gucken muss man das wieder anmachen das ist ein dvd du hast ein pokémon hau mal das pokémon raus was du da hast glumanda dann ist der gnome noch da hallöchen gnome hallo hallo schmeiß mal dein pokémon raus was du da hast ich habe irgendwas ausgewählt ich habe keine ahnung ist ich glaube du bist derjenige der hast keine ahnung von pokémon und keine ahnung von minecraft ne exakt perfekt das ist immer schön so was braucht man dann haben wir noch burning roach ist der fabi hallöchen fabi hallo ich mache mal ein pokémon raus hast du ich habe ich kenne die zum beispiel übrigens gar nicht das ist generation 1 2 3 4 5 6 was ist das generation vier müsse das sein generation vier ok du hast aber auch ahnung von pokémon soweit ich weiß ich habe bis bis auf die spiele für die fast alle gespielt ok also ein dsr der minecraft-fan ja der große minecraft-fan dann ist noch die kim haben kämen wir spielen ja arg wir spielen set of the case zusammen und jetzt spielen wir auch minecraft zusammen und du hast ein voll klein weil sie so klein ich weiß nicht warum sind ja so klein zufall die krieger können unterschiedliche größen haben meiner ist winzig das ist warum hast du kein gesicht aber ist alles aus dem gesicht gefallen schmeiß doch mal raus dass der pan flam den hier den hätte ich mir eigentlich genommen ich habe aber natürlich mit mir gesehen haben glumanda gestartet ich bin der zwerg muss ich sagen von der größe nur feuer zu machen diese zündel heinis ich glaube das ist schon so hast du ahnung von pokémon ja also ein paar andere von minecraft das weiß ich ja wir haben ja okay dann ist die schnüchen büchen hallöchen schnüchen du hast auch ein pokémon schon meist mal raus jawohl die kenne ich übrigens auch noch total nicht sieht voll schön aus mimi ja mini meine katze heißt und das ist ein starter aus der alola region also ja der letzte teil vor der switch quasi okay also ich bin ja zum beispiel ich kenne ja die ganzen spiele ich kenne nur den die ersten version vom gameboy der gameboy den es damals gab schwarz weiß klumpen alles andere kenne ich nur aus der serie dann haben wir hier noch die papa hallo was hast du denn da die akkuma spielt auch mit und dann gibt es noch den benny der da rumhampelt was hast du eigentlich dafür ein skin bitte du hast mich angeworfen ja das ist eine schildkröte ich habe ein paar ich wollte gerade sagen das ist ein turtle aha und ich habe wie benny ich habe ich habe natürlich passend zu mir weil ich eine schildkröte bin ein pinguin genommen ja pinfer ok ein pokémon wurde gerade umgebracht also ich erkläre mal ganz kurz ich erkläre mal ganz kurz wir haben irgendwo da hinten in der botanik angefangen haben dann an der stadt gesucht haben dann erst mal eine wüsten stadt gefunden die sieht aber nicht so schön aus und unser unser ziel ist ja erst mal in seine stadt einzeln die schon mal fertig ist wir können ja mal alle zusammen kurz in die stadt ja stadt übrigens eigentlich noch die kommt etwas später die raffi ja die raffi kommt noch raffi kommen wenn wir dich dann nachher noch einzeln vorstellen ich finde es so geil wie die wie die wie dieser generator zu der stadt modelliert junge so habe ich damals lego gespielt um minecraft jetzt mal fair zu sein ab der 1.14 wird der dorfbau besser aber wir spielen aktuell mit der version 1.12 ja genau weil die pokémon nur da nur so ist und das ist hier dass das das konten center genau um und die verletzten pokémons hier zu heilen bei der bei der krankenschwester joy und unser ziel ist ja so gesehen wir wollen jetzt um das ganze hier herum und wir werden das natürlich auch alles hier abbauen und vernünftig setzen werden wir jetzt eine stadt bauen jeder wird jetzt mal anfangen so was einzeln eigenes zu bauen bis es im untergrund ist oder im obergrund und dann machen wir natürlich großen mix zwischen minecraft bauen und ja wie man das kreativ und ganz ganz klar wir sind ja gerade hier mit den pokémons unterwegs also wir wollen natürlich auch die arena man kann habe ich auch die medaillen gewinnen soweit ich weiß wenn ihr mal drückt dann kriegt nämlich den pokédex und dann könnt ihr nämlich mit dem pokédex könnt ihr pokémons wenn ihr ich weiß nicht mehr welche test das war könnt ihr pokémon scannen wenn ihr welche seht könnt ihr die scannen und dann bei euch in den pokémon pokédex eintragen aber genau wie das geht weiß ich nicht mehr ich habe das mal getestet im single player habe es aber vergessen es ist wenn ihr die pokémon seht und dann die drückt im kampf oder ohne ohne einfach so beim rumlaufen ich habe es gerade getestet ich habe gerade ein yorklef gescannt ich weiß nicht wie nah man rangehen muss zwei drei felder habe ich gerade wenn die wir ihr müsst den namen sehen du musst den namen sehen und dann müssen glück haben irgendwie treffe ich den netz der täschen hier die minu ja weiß nicht keine ahnung kriegst du den warte muss ich den schermann dafür ja habe ich gerade wie hast du in der perspektive also in der perspektive war ich noch mal und jetzt einsatz geklappt ich muss mit dem mit dem kreuz wirklich da drauf in perspektive kreuz drauf gucken und dann einfach mit drücken dann macht der pokédex auf ja gerade noch mal eine stadt mit einem tower wo weiß es ist ich habe sich heute so ist auch gut diese noch eine stadt das ist ja super wir haben echt glück das heißt wir haben das ganze gebiet dazwischen sozusagen zum siedeln oh ja ich sehe ja auch das ist natürlich ich finde auch diesen diese position die wir gerade hier haben finde ich ganz nett mit viel wasser wir können das wasser ja nach hinein alles noch ein bisschen zu kleistern aber ich baue euch eine brücke wir machen das schon abend wir machen wir können wir da richtig so eine straßenbahn zwischenbauen die dann in allen unseren basen hält und dann von stadt zu stadt fährt wo denn wo genau diese richtung hier seit wann kann magik abzünden wartet bitte auch hier mann da ist es roh ich habe das ideale gefunden was ich bin ich sehe eure namen nicht wahr ich habe mich gerade ins wasser geschmissen ich habe aber zwei pokédex eine angel 8g eine angel ich will jetzt nicht mit ihr kämpfen wollen wir mal loslegen was haltet ihr davon genau also ich habe mir wie gesagt ich habe mir hinten auf diesem auf diesem auf dem inselstückchen habe ich mir was einfach so mal auserkoren wir können ja ich werde kann angegriffen ich muss mal ganz kurz flüchten in so ein wer sind rett an hat dann wird mich an kann der will kämpfen kurze frage wo soll ich mich in den berg haben wo stört es nicht 200 meter entfernt von niedrigen arten gebäude von von allen entfernt kann man jemand erklären es gibt so welche portale immer in der luft was ist denn das das kannst du ultra bestie entfangen die sind bei sonne mond dazu gekommen da kannst du quasi reinfliegen oder hochgehen dann kommst du in so ein spezielles gebiet und da ist vorne dann übrigens habe ich ja gar nicht vorgestellt was ich ein pokémon habe ich habe nämlich ein ja ein glumander der jetzt gerade gestorben ist ich bin hier ich bin hier gerade auf meine position gelaufen und hau gerade die einzelnen die einzelnen die einzigen bäumchen hier weg die ich gerade habe ich wollte gerade mal schnell licht machen ich hasse es wenn ich ohne licht spiele kann mir eigentlich auch irgendwie die helligkeit hochstellen im spiel ja ja einfach auf hell also bei mir ist es gerade ziemlich also es ist nacht aber es ist hell ja also helligkeit habe ich auf 66 prozent okay ich gehe sogar auch noch was höher weil es ist echt gerade mega dunkel ich mache mal auf so 55 prozent so also okay so ist ich habe es auf 100 prozent das ist gut da hat man auch die schwarze mehr ich würde gerade von einer ratzfatz level 18 gewonnen schottet ich habe auch einen 10er 10er wer ist ja hier diese schlange äh erkannte Platschertein Platscherteinni komm her hier Rattern oder so wie ich es nicht mehr kann ja ich kann die englischen Namen überrechnen ich mich dran gewöhnen aber achten Lollipop Magikarp Oh ich habe schon 7 ich habe schon 2.30 Geld und ich habe Sachen zu 2.30 ich kaufe mir jetzt auch Pokébälle ich kaufe mir jetzt 200 wo hast du die Kohle her ich habe eine Kiste gelootet und da war ganz viel Stuff drin aha so ist das eine also Möchte wer noch Pokéball weil ich habe 3.300 ich kann ja ich will den einen haben ja ich bin klar warte ich mach mal wie viele leute sind wir jetzt gerade äh acht glaube ich oder neun falsches Haus einmal Pokéball äh oh shit jetzt habe ich gerade okay äh einmal zum Pokécenter alle die im Pokéball wollen Jo lass mich noch mal teilen oder nicht äh Pokéstopp Nein für Stone zu bär ne halt äh er hat Pokémon Center gesagt ja blaues Dach Pokéstopp blaue Dach ich habe gerade gedacht ich hätte eine Axt gecraftet äh bei dem bei dem äh Ding sieht das ja alles so ein bisschen anders aus ich habe gerade gedacht das ist doch eigentlich gar nicht der der äh der die Blaupause für den für die äh für die Axt gut sieht aber so aus wie eine Axt ist aber eigentlich nur ne 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 Hacke für einen Garten am D ein Postgeschäfte oh dankeschön bei dir äh ich naa ich hasse es noch mal vielleicht später nein nimm es schon mal dann hast du ein sehr guter Ball wo seid ihr? ach das wohne okay also ich habe jetzt 10 Stück gekauft einfach erstmal hier next äh warum ist es immer so behindert von einem Zooatz zu fliegen hat hier doch schon mal Pokéball dankeschön warum hat er drei Pokémon? Moment warte ich möchte auch einen ja ich hatte vorhin auch schon einen Trainerkampf ich könnte mir jetzt wer hat denn eigentlich schon mal die Mod gespielt? ich nicht ich und ich könnte jetzt mit dem Pokéballen könnte ich mir jetzt ähm ein ein Pokémon fangen ja aber es heißt noch nicht ihr kämpft dass es dann auch im Pokéball bleibt das kann wieder entkommen ja das ist normal das kenne ich ja also du kannst ja entweder ohne Kampf äh einfach den Ball an den Kopf herzen oder du kämpfst und schwächt sie vorher und wirst dann den Pokéball aber ist dann auch der Pokéball weg oder kriege ich den dann wieder? der ist dann weg auch wenn es nicht funktioniert? ja ja das ist ja das ist ja eigentlich immer so gewesen und das habe ich jetzt gerade gehofft dass es nie so ist da wird 18er Radfahrt wäre man schon voll der King hier nein danke ich fange mir schon mal erstmal an wenigstens äh zwei, vier Wände drei Wände ich such mir jetzt erstmal einen Platz wo ich bauen möchte ich habe ja dann anbetrachtet Tatsache dass das bei mir nicht richtig läuft wir haben ja äh jetzt so gesehen zwischen den beiden Städten Baufläche oder nicht? ja ja überall ja welche Himmelsrichtung war die andere Stadt? äh wo bist du denn gerade? äh bei diesem komischen Flauschervieh ich stehe vor dir die Richtung die ich gucke ok da ist die andere Stadt was ist das da? das sieht irgendwie aus wie ein Känguru mit Flauschervieh aus zum Kuscheln ach ich bin grad ab vor allem schlafen echte das war kein Treffer ich wollte das Ding äh was willst du denn jetzt? jetzt hat ein Visor mich angegriffen was denn ist ein Visor? irgendwie hast du ja auch das Gefühl dass die äh die Tiere hier ziemlich stark sind ne? ja 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 es ist random es gibt welche die sind halt Level 15 bis 20 und dann gibt es halt aber auch welche die sind grad mal Level 2 und 3 in der Wüste vorhin bin ich einem äh ähm Knackleon Level äh 35 begegnet oh Gott ich bin froh dass mich das nicht angegriffen hat na was greift mich jetzt an? Bände oh wo ist denn? hallo du ja schickes die Pokémon sehen echt gut aus also Respekt an denjenigen der das der das gemacht hat ist das ne Axt die ich jetzt hier habe? was ist denn das? ist das ne Schaufel? ist das ne Schaufel? ok ich hab dir nen Hammer glaub ich noch hingeschmissen nen Eisenhammer du hast mir nen... ja hab ich gesehen das hast du mir hingeschmissen hast du irgendwie wieder gelootet irgendwo ne? richtig ja richtig Loot not 11 ja jetzt ja jetzt hier ist sogar ne Ruine in der anderen Stadt äh das ist ne Arena das ist ne Arena? ja nice ähm mal ne andere Frage braucht irgendjemand hier spezielle Rohstoffe zum ähm Kohle also wir brauchen immer Eisen für die Pokébälle ich brauche Eisen, Kohle das sind alles äh Baumaterial erstmal erstmal nicht ja doch ich hab mir glaub ich grade was überlegt was ich bauen will aber das muss ich nochmal gucken ja ja ich werd mich hier Richtung der anderen Stadt unten an der Küste irgendwo hin bauen da ist da auch immer so ein Zipsel vor allen Dingen das ist ein Diamant also nicht dass ich jetzt irgendwo schon mal in der Höhle gewesen bin aber der IMD hat ein Diamant irgendwo gefunden in der Kiste in der Kiste in der Kiste vom Dorf ich kann das doch nicht liegen lassen das wird doch schlecht Diamanten liegen lassen wäre auch ein Verbrechen gegen Minecraft ja das darf man nicht vor allen Dingen findet der jetzt schon Diamant ich bin damals im Dreieck gesprungen es gibt zwei Dorfen vorbeigelaufen es ist nicht so schwer da einen Diamanten zu finden ja wir hatten ja gesagt wir gucken ja nicht ach da ist dann andere Sachen dabei hab ich jemals schon mal auf dich gehört richtig und das geht also auf Dex hören meine ich zuhören ja definitiv so ich hab hier noch Geschenke egal hören und zuhören ich will Kohle 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 ich brauch Licht ich will hier im Gebiet alles voll leuchten mit Licht hier Leute hier liegt ein Zuckerball rum vor dir war keine Kohle außerdem wir können doch Holzkohle machen wir haben doch Holz ich hab Aquaknarre gefunden was hast du mir da gegeben das lernen die was zum Anziehen ich hab grad TM Aquaknarre einfach das lach hier einfach rum ach so das ist cool ein Radfahrts Level 2 komm her du bist Beutel ich hab ne Hose an oh mein Gott erst mal ein Ebenen hier alles Dextro willst du da bauen oder? hier hinten guck mal da hinten wo die Sonne grad aufgeht da baue ich an dem Zipfel da hinten okay ähm wir sind alle so stark man geht weg von mir hat jemand hat jemand was dagegen äh dass ich mich hier unter dem Feld sozusagen die Mine baue wo ich grade stehe mhm wenn du uns bisschen wenn du uns bisschen Mine lässt das ist immer schön damit wir auch runter gehen können ach du grundsätzlich benutze ich das was ich mein hier nur wird es sich irgendwie anbieten weil das zwar unter dem Feld aber das äh ist jetzt nicht unbedingt in der Nähe der anderen Gebäude deswegen wie du möchtest kannst du oder? wie du möchtest wie du möchtest guck du guck du was passt wo ich hier irgendwie ah könnt ihr mich mal in Ruhe lassen? du armd im Zweifelsfall heuer ich dich an um um meinen Keller zu graben äh wo willst du einen Keller haben? das weiß ich ja nicht so genau ich hab noch keinen Bauplatz ausgesucht amd macht Keller ich mach Keller für dich ich mach so einen großen Keller du siehst das Ende nicht ach ok Keller sagt ich mach dir den Keller ja das ist Axt ah jetzt das ist Axt ah ok kannst du doch mal eine Position raussuchen und mir dann sagen wo du bist dann kann ich da Kellern anfangen ich weiß noch gar nicht ob ich überhaupt Keller haben will aber vom Prinzip her aha na gut ja im Prinzip musst du nur sagen du armd hast du da schon gegraben und er wird sagen ja genau das möchtest du haben eigentlich reicht es wenn du drei drei Felder zu äh tiefer gehst und wenn du dann wenn du wenn du dann plötzlich ähm fußball fußballflutstrahler ins Gesicht bekommst dann weißt du dass ein B da war die ähm Materialien nicht hortet die er da rauskriegt ich kann ja meinetwegen überall buddeln wo er will die Materialien die ich hier in die Kisten tue die könnt ihr alles rausnehmen also viele Materialien also unser Ziel ist ja eigentlich das ganze Gebiet wo wir jetzt gerade sind wirklich komplett zuzubauen es soll dann aber auch eine Stadt werden wie gebaut wird es ist es ist Wurst es muss da es gibt hier keine deutsche Industrienorm also äh doch wie in Italien die Töne die Italien haben ja keine Normen hier wird's hier wird's hier wird's gemacht wird Leuchte hier wird gemacht wird also dann würde ich mal sagen dass ich dann sozusagen hier einfach ein Gebäude baue wo ich dann Gipsen reintun dir könnt's Zeugs reintun und raustun du willst das Zentrallager das zentrale Zentrallager im Zentrum machen Zentrale Zentrallager im Zentrum ja steht nur noch das Stadion und das Hotel natürlich aber dafür haben wir keinen Platz guck mal was ich gerade ganz hübsch finde was ist damit passiert das hat sich entwickelt schon? ja ich werde die ganze Zeit angegriffen und flüchten funktioniert irgendwie gefühlt bei mir nie ok ich würde gerne dieses Taurus fahren wo mein Pokémon ist auch noch nicht stark eigentlich zur anderen Stadt aber ich habe vergessen wo die war andere Richtung wenn du mich findest auf einer Landzunge dann musst du einfach nur geradeaus weiterlaufen Pikachu ich habe einen Pikachu du hast einen Pikachu wo bist denn du hingelaufen? ich habe Pikachu gefunden aber wo bist du hingelaufen? äh andere Richtung weg von der Stadt weg von beiden Schnitten in Birkenwald achso äh was heißt andere Richtung wollt ihr grad nicht irgendwas bauen schon oder so? ich weiß nicht Decks bei meinem aktuellen Performance kann ich froh sein wenn ich überhaupt irgendwas tun kann ok ich mache gerade mal ein bisschen Ebene ich ebene gerade mal ein bisschen den Boden damit ich nämlich hier gleich anfangen kann mein Holzhaus zu bauen mit meinem schönen Steinkamin und Feuer ähm Decksco wir haben noch keine Feuerwache ich wollte gerade sagen kann man auch eine Feuerwache bauen? achja jetzt ist er ich wäre dafür dass ich bin dafür dass du deine Mühle einfach äh im Wasser baust kriegt doch einen sehr guten Plan den ich hier so ja es gibt doch eine Wassermühle hallo äh da hinten ist statt da hinten ist statt ja oh Gott ich habe die Ebene mehr dass die gerade ein und wett mich dann hier drauf bauen ok übrigens ähm ich bin hier bei Koordinaten 195, 69, 8, 8, 7 also in der Nähe sag es mal einfach mal so ich bin sozusagen zwischen Decks und der Kirche da geht sozusagen rein eine rote Aprikon ja heißt das eigentlich was äh regnet es eigentlich hier in dieser Mod auch? ja ok weil die gerade die Vögel ziemlich tief liegen die haben ja gerade wirklich einen Scheitel gemacht gezogen beim Fliegen oh danke Benny was hat das jetzt mit Regen zu tun? äh wenn die Vögel tief liegen oh ah halb sumpf es hat nichts mit Minecraft sondern nur mit Decks zu tun Fahrzeug wenn die Leute Steinfahrzeug brauchen ähm ich einfach bei der Kirche vorbeikommen oh Gott du musst ja hinten hinlaufen ja warte mal warte mal ich mach dir extra mal eine Kiste so oh Kiste eine extra Decks Kiste warte mal du kriegst sogar zwei Kisten so ich bin heute mal Spender ab hu ich schwitze ja schon hör mal ich fang gleich an zu schwitzen wo ist der Decks wo ist der Decks ich mach grad auch ich mach Geste äh wie war das transferieren von einem äh in das äh in das rechte Maustaste hin ah ok ich bei der anderen stadt mit dem torm und der ruinen arena habe ich mir jetzt eine kleine insel ins wasser eingesetzt da baue ich jetzt drauf und ich schwimme gerade rüber zu den schwarzeichen die erwachsen die pokémon ist gut gelungen also ich hatte dann damals als die idee hatte so ein bisschen angst dass dass die pokémons ziemlich ja sagen wir mal minecraft lastig sind also ziemlich pixel ich dass man dann wieder irgendwie ein mod braucht um irgendwie was schöner zu machen und als ich dann das spiel gestartet habe und dann kam mir der erste weiß ich weiß das erste pokémon war ich glaube das war so das geist pokémon weiß nicht wie der heißt ja eigentlich rumläuft herumfliegt und der kam entgegen so gut ist ja rund das sieht ja hübsch aus und das hat irgendwie auch gut gepasst das war alles so dass wir sehr sehr freundlich alles aus ja das passt ich muss zugeben eigentlich gefallen mir runde dinge minecraft nicht aber die pokémon sind gut aus die sind gut aus und die bewegen sich auch ganz nett also ist auch passt alles ganz gut braucht es ist eine kiste du kannst aus der kiste alles rausnehmen also ich tue da nur zeugs rein du kannst rausnehmen was ich dachte ach so ich mache meine mine und da kommen dann immer wieder steine hier alles wurde vom spiel generiert ich habe gerade übrigens unter mir ein wie heißt der die die elektro pokémon der so aus wie dem pokémon ja der ist unter mir gerade macht den tot hier ist ein pokémon raus ja teile dafür ich habe auch schon zwei ich habe das oberen und das unteren ich habe eins was mir mit meinem chelast überhaupt nicht weiterhilft alle können das gebraucht außer du so gefühlt ja die aqua knarre lernen die meisten die starten ja alle recht fix sogar deswegen ist level 7 oder 8 links lernst du mit 15 bis 20 irgendwie so ok single player hatte das direkt gelernt so jetzt noch nicht weil jetzt kann ich aktuell mit dem kämpfen so gut klar wegen diesen ganzen standbildern das wird schön wenn ich einen pc habe ich glaube auch irgendwas ist mit einstellung bei mir noch nicht ganz sehr viel wie habe ich hier gelegentlich meinen freeze ja ich bin auch standbild 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 wie wo was kann ich das sehen wenn ich starte von minecraft wurde hier die fortschreste ok zur spezialoption memory allocated 2 gig ja genau da kann ich gerne mehr haben genau da kannst du dem sagen was wie viel denn minecraft nutzen darf ok das muss ich dann beim nächsten neustart mal machen nein minecraft minecraft ist ist viele schreien es ist alles scheiße ist alles aber minecraft braucht auch nach einer zeit erst recht wenn es alles ein bisschen größer wird die ganzen bauten und ist schon ziemlich speicher lastig ja und ich habe eigentlich genug speicher und alles und deswegen war ich gerade so irritiert steek ist ein bürger ich weiß ich sorg jetzt erstmal für die ersten fackeln dann ja habe ich auch ich habe mir auch gerade auf das hergestellt ich will nämlich ganz schnell mein haus bauen und dann kann ich mir nämlich mal kurz mal los ziehen und mal gucken was ich mit meinem pokémon so treiben kann also wenn du dir ein haus aus holz baust dann brauchen wir anderen aber keine fackeln quatschen das brennt ja zum glück nicht ja aber der deck tut mir schon so ein bisschen leid oh der ist level 2 den kann ich angreifen ja ich kann kämpfen ja ich mach dich klar aber ich kann kratzen und heule ich kratze erst mal ok ich komme mal gleich wieder ich starte mal neu ok das nervt gerade zu ich habe meinen pokémon das gar nicht mehr an der seite ich habe meinen ersten kampf gemacht ich stehe jetzt hier gerade wie wie using bolt ist das nicht so wie bei ich habe vorher gemacht ich habe 14 xp bekommen aber wenigstens zu essen 14 der war meinem charmander wie heißt das glumander nicht wert nochmal für die zuschauer tut mir ein bisschen leid wenn ich ab und zu die ganzen englischen namen sage ich habe staffel 1 ich rede nur von den von der serie also nicht von den spielen staffel 1 habe ich auf deutsch geguckt und ja die restlichen staffeln bis jetzt ich habe zwar noch nicht alle staffeln gesehen alle auf italienisch und auf italienisch sind die ganzen namen auf englisch deswegen also die heißen nicht die heißen nicht schermander oder oder glumander kommt da nicht einer vorbei ich mache dir ein angebot was du nix können abbelähnen genau das kommt nachher noch wenn meine wille da steht könnt ihr mir bei mir den ring küssen gehen die brücke wir müssen so wie eine brücke machen wir haben jetzt hier so eine halbinsel die halbinsel muss ja verbunden werden auf die andere seite also brücke und dann kommen betonschuhe ganz klar ja so tief ist das besser hier gar nicht wo komme ich an die einstellung ich finde das bestimmt ganz lustig so brücke ist da betonschuhe sind da schmeiße rein stehen sie im wasser ein dick buddeln gehen buddeln sie das wasser tiefer ich werde angegriffen von einem schon wieder ratz fratz fratze heiße ne fratze 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 wenn der holzkohle braucht es wird gerade holzkohle hergestellt du kannst das holz und ich verbrenne ich sammel hier holz wie so ein weltmeister und du verbrennst das ja hallo ich brauche hier licht in der mine imd schon in der mine ja hallo das ist theoretisch das was man erwarten sollte kriege ich denn dieses hässliche menü jetzt hier weg ähm was hast du also wenn ich äh auf meine event tage sehe ich meine pokémon nicht mehr ich habe jetzt so ein menü was ich craften kann auf das grüne büchlein drücken das ist neu das ist ganz neu das kam in 1.12 dazu 1.12 ja dumme funktion klasse funktion für anfänger alles alt ist besser aber es war alles besser ich kann mal die aufnahme ist jetzt gleich vorbei aber ich würde gerne mal ganz kurz vorher mal was fragen also ich fange mal ganz oben an imd brauche ich gar nicht zu sagen du hast nach mir angefangen und ich habe in der alpha angefangen mit 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 minecraft tito auch stone fabi wann hast du mit minecraft angefangen das war glaube ich auch noch vor dem richtigen release also irgendwann null punkt und habe ich also 0.5 oder so hatte ich angefangen also ich habe das ich habe das in der alpha angefangen habe sehr lange gesuchtet mit dem imd fan zusammen und dann habe ich aufgehört bei den pferden und danach habe ich nicht mehr minecraft angefasst was eigentlich sehr schade ist aber naja gibt andere sachen und ich muss mich echt mal wieder das ist jetzt was haben wir gesagt elf jahre her zehn jahre her das ist schon das war glaube ich wann war es 2007 9 das war safe game und wir haben ja lange gespielt wir haben ja also wie lange haben wir weiß ich nicht aber ewigkeiten was ist denn mit dir kim wann hast du angefangen mit minecraft ich habe angefangen mit der 1.7 glaube ich und ich bin aktuell auf dem aktuellen stand von minecraft okay dann wer haben wir dann noch benny du warst du minecraft gestartet und aufgehört war noch vor 1.0 ich weiß aber nicht mehr genau wann und bis 1.8 da kamen die pferde irgendwann hinzu da habe ich dann aufgehört du hast auch bei den pferden aufgehört also hat nichts mit den pferden zu tun lustigerweise bei mir genauso 1.8 1.9 nach den pferden ihr habt alle da aufgehört wo ich angefangen habe ich hab die pferde jetzt irgendwie kacke waren oder so aber irgendwie war der bei mir die duft raus ich hatte keine leute mehr ich hab ziemlich lang gespielt weil also bei uns war ja nicht der kreative mode alles nur im dings mode wie heißt das hier survival im survival mode also wir mussten uns wirklich alles erfarmen wie ein weltmeister aber es war so ich hatte später nochmal angefangen und hab den feed the beast ewigkeiten das hat super bock gemacht vanila habe ich auch nach einer weile aufgehört und dann irgendwann mit modpacks weitergemacht äh dexel du hast 32 geschenke in einer kiste dankeschön remorock remorock was hast du wann hast du angefangen wann hast du aufgehört ähm ich hab eigentlich bei den pferden tatsächlich mit angefangen seitdem die eingekommen sind ich hab generell sehr spät erst pc spiele gespielt ich war eigentlich immer der konsolero aufgehört dann ja ich hab immer mal so mal so immer mal wieder für den monat gespielt und ja aber ich hab eigentlich immer mehr fancy gebaut anstatt wirklich das spiel zu spät ok schnüchen wie wie war es bei dir ich habe angefangen mit dem erscheinen für die nintendo switch ich weiß nicht ob das schon über ein jahr her ist auf jeden fall dort und dann habe ich es mir für die playstation 4 gekauft und jetzt habe ich es auch noch auf dem laptop also ich habe es jetzt auf jeder plattform irgendwie ja das sieht mir das hört sich ja ziemlich frisch an das ganze der frischeste ist ja unser frischling genommen der gnome wann hast du angefangen heute ich hab gestern ungefähr 10 minuten lang mal getestet wie das alles so läuft ich finde es aber ganz gut wir haben einen schönen mix zwischen oldschool ein bisschen aktueller und greenhorn und greenhornerin schnüchen ich zähle dich mal mit dazu also ein jahr ist ja ist ja ist ja noch knapp aber das aber viel gespielt dafür eigentlich ja minecraft ist so ein suchtgame da fängt man einmal an und hört niemand wieder auf deswegen wollte der gnome nicht mitmachen ich wollte mein leben behalten habe ich gesagt war deine aussage nicht du hast angst dass es dir spaß macht ja weil ich dann mein leben verliere und es fängt ein neues leben an so ist das ich sag jetzt erstmal für diese folge ist eigentlich schon knackig voll und 35 minuten reicht ja also wir sehen uns in der nächsten folge bis denn dann und tschüss und ihr wisst ja Däumchen hoch wenn es euch gefallen hat und schreibt mir in die kommentare wann ihr mal angefangen habt wann ihr aufgehört habt vielleicht spielt ihr auch die mod mit den pokémons und wie es euch gefällt bis denn und tschüss 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 Vielen Dank.